Die Partys-Oscheliste ist eine politische Partei in Frankreich. Sie verfolgt eine demokratisch-sozialistische bzw. sozialdemokratische Programmatik und gehört der Sozialdemokratischen Partei Europas, der Progressiven Allianz sowie der Sozialistischen Internationale an. In der Fünften Republik stellte sie bislang mehrere Premierminister und zwei Staatspräsidenten, François Mitterrand und François Hollande. Parteigeschichte Die PS ist 1969 aus der Section Française de l'Internationale Ouvriere und dem Parti Radical Socialiste bzw. Parti Socialiste Unify entstanden und wurde im Mai 1969 beim Parteitag in Elfertville auf Initiative von Alain Saveri gegründet. Auf dem darauffolgenden Parteitag in Essilie-Molano im Juli 1969 wurde der Gründungsprozess abgeschlossen und Alain Saveri zum Generalsekretär gewählt. Traditionell war die französische Linke in die größere kommunistische Partei und mehrere kleine sozialistische Strömungen und Parteien gespalten, wobei die Arbeiterschaft sich vorwiegend im PCF organisierte, während sich die stark antikommunistische SFIO im Laufe der Nachkriegsgeschichte immer stärker zu einer Honoratioren-Partei entwickelte. In den 1960er Jahren, als der sozialistische Präsidentschaftskandidat Gaston D'Effer nur noch 5% erreichte, erneuerten sich die sozialistischen und sozialdemokratischen Strömungen in Frankreich in ca. 120 verschiedenen Clubs. Im Mai 1968, als Paris und ganz Frankreich zeitweilig durch eine Welle von Streiks stillstanden, offenbarte sich die Schwäche dieser mangelnden programmatischen und organisatorischen Einheit der sozialistischen Linken, die zur Gründung der PS führte. Erst die Einigung der nicht-kommunistischen Linken im PS als damals drittstärkster politischer Kraft ermöglichte die Reaktivierung des Bündnisses mit dem PCF, aus dem letztlich die Präsidentschaft François Mitterrands resultierte. Die Ära Mitterrand 1971 fusionierte die PS mit der Federation de la gauche démocratie socialiste bzw. der Convention des Institutions Republicaine. François Mitterrand war 1971 bis 1981 erster Sekretär der PS. Die Partei erlebte unter seiner Führung beim Parteitag in Epinei-Sur seine eine Neuorientierung. 1972 unterzeichneten Mitterrand und George Markheis ein gemeinsames Regierungsprogramm von Sozialisten und Kommunisten, das die Grundlage für gemeinsame erfolgreiche Wahlkämpfe war und auf einer Ablehnung des Kapitalismus basierte. Mit der Wahl François Mitterrands zum Präsidenten 1981 gelangte die Partei erstmals an die Macht. Nach einer politischen Ausrichtung auf die Stimulierung des Konsums schlug die Partei 1983 eine neue Richtung ein. Aufgrund der schlechten konjunkturellen Lage und der von Jacques Delors dagegen eingeleiteten Maßnahmen, über die sich die Partner nicht einig werden konnten, kam es zum Bruch der Regierungskoalition zwischen Sozialisten und Kommunisten. Seit dieser Zeit ist die Sozialistische Partei sowohl in der Nationalversammlung als auch im politischen Leben Frankreichs im Allgemeinen die größere und tonangebende politische Kraft der Linken. Die PS wurde traditionell durch vier Strömungen, Courants, formiert. Den Courant Mitterrand, die größte, links-pagmatische Strömung mit Anhängern der ehemaligen C.I.R., der heute durch Lionel Ospin, Laurent Fabius, Segolen Royal, Bertrand Delaneux und Manuel Walz repräsentiert wird. Den Courant Mauroy, der für den Bürgermeisterflügel, der sich aus ehemaligen SFIO-Mitgliedern rekrutierte und von Pierre Mauroy und Gaston Derfeu repräsentiert wurde. Den Courant Rokat, links-sozialdemokratische Mitglieder des ehemaligen PSU und des Gewerkschaftsbundes CFDT. Ihre Forderung war bis in die 1980er Jahre die kollektive Selbstverwaltung der Unternehmen durch die Beschäftigten unter Führung Michel Rokats. Sowie, den orthodox-marxistisch orientierten Flügel unter Jean-Pierre Chevennem, der sich im Center der Dudes, der Recherches e Deducation Socialistes organisiert hatte. Als der Präsident 1990 eine Beteiligung Frankreichs am Zweiten Golfkrieg befürwortete, verließen Jean-Pierre Chevennem und seine Anhänger, die einen bewaffneten Konflikt ablehnten, die Partei und gründeten die Bewegungen Movement des Citoyens und Lagos Socialiste. Mit daran sind neue Impulse auf dem Weg zur europäischen Einigung zu verdanken, die durch das positive Ergebnis beim Referendum über den Vertrag von Maastricht bestätigt wurden. Allerdings steht diese immer stärker im Zeichen einer liberalen Philosophie. Ironischerweise illustriert sich das Versagen der Sozialisten am eindeutigsten anhand der städtisch steigenden Arbeitslosenzahlen im Verlauf der beiden Amtszeiten von François Mitterrand. Dieser Misserfolg ist wohl die Hauptursache für eine gravierende Niederlage der Partei bei den Parlamentswahlen 1993. Ein weiterer wichtiger Grund war das von Mitterrand ausgerufene Referendum über den Vertrag von Maastricht, dies im Bestreben, die bürgerlichen Rechten zu schwächen, unter bewusster Inkaufnahme der Möglichkeit eines Erstarkens des rechtsextremen Front National. 1993 erhielt zudem der Jugendverband Movement des Schön-Socialistes seine strukturelle Unabhängigkeit von der Partei. Nach Mitterrand als Favorit auf die Nachfolge Mitterrands galt für die Sozialisten Jacques Delors, der aber im Dezember 1994, wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl 1995, seinen Verzicht auf eine Kandidatur erklärte. In einer Urwahl setzte sich schließlich Lionel Jospin mit knapp zwei Dritteln der Stimmen gegen den damaligen ersten Sekretär der PS, Henry Emanuele, durch. Jospin verlor die Präsidentschaftswahl gegen Jacques Chirac. Unmittelbar nach der Präsidentschaftswahl wurde Jospin erster Sekretär der Parti-Socialiste. Er führte die PS in die vorgezogenen Neuwahlen 1997, die die Partei an der Spitze der Gauche-Plurielle überraschend gewinnen konnte. Jospin wurde Premierminister in einer Kohabitation, sein Nachfolger an der Parteispitze François Hollande. Unter Jospin als Premierminister trat eine Konjunkturerholung ein. In dieser Zeit kam es außerdem zur Umsetzung des Vertrags von Amsterdam, zur Einführung des Euro. Zur Umsetzung des Pacte Civil des Solidarites und zu Privatisierungen staatlicher Unternehmen. Auch die Einführung der 35-Stunden-Woche wurde von der Regierung Jospin initiiert. Inzwischen formierten sich im PS neue Strömungen, wie der Courant-Nouveau-Parti-Socialiste mit Arnaud Montebourg, Vincent Peilen und Benoit Hemmen. Die U.A. im Rahmen der Convention pour la sexime Republik eine neue Verfassung fordern. Der Courant-Nouveau-Monde mit Henry Emanuelli und Jean-Eluce Melenchon. Der Courant-Socialisme-Edemme-Kaise, der von Dominique Strauss-Kahn dominiert wurde, und der Courant-Reformer, der von Martine Aubry angeführt wurde. Am 21. April 2002 durchlebte die Partei bei den Präsidentschaftswahlen ein wahres Trauma. Als ihr Kandidat und amtierender Premierminister Lionel Jospin mit nur 16% der Wählerstimmen den zweiten Wahlgang verpasste, den stattdessen Jacques Chirac und der rechtsextreme Jean-Marie Le Pen erreichten. Die Anhänger sahen sich dadurch gezwungen, mit Chirac einen Präsidentschaftskandidaten zu unterstützen, der für eine der Partei fremde Politik stand. Um Jean-Marie Le Pen abzuwehren. Die Niederlage Jospins war für die meisten Beobachter im In- und Ausland überraschend, da Umfragen zuvor ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Jospin und Chirac prognostiziert hatten, Le Pen aber erheblich unter seinem schließlichen Wahlergebnis eingeschätzt wurde. Der Parteitag von Dijon 2003 stand geprägt von den Wahlniederlagen 2002, sowohl im Zeichen einer Rückbesinnung auf die Grundwerte als auch der Besorgnis angesichts steigender Popularität des rechtsradikalen Front national. So kam es zu einer Distanzierung vom traditionellen Sozialismus französischer Prägung mit seiner im europäischen Vergleich weiter links, angesiedelten Philosophie hin zu einer stärker sozialdemokratisch orientierten Richtung, für die Guy Mollet zum Symbol wurde. Bei den Regionalwahlen 2004 gewannen die Sozialisten in allen Regionen Metropoliten Frankreichs mit Ausnahme des Elsass und Korsikas und wurden durch das Abschneiden bei den Europawahlen wenige Monate später bestätigt. Allerdings lässt sich nicht eindeutig feststellen, ob hinter diesen für die Partei positiven Ergebnissen nicht eher eine Ablehnung der Politik der damaligen Regierung als Motiv steht. Die strafrechtlich relevanten Skandale des Präsidenten Jacques Chirac und des Vorsitzenden seiner Partei Alayope wurden von Beobachtern ebenfalls als Grund für den Wiederaufschwung der PS aufgefasst. Die Debatte um die Europäische Verfassung spaltete die Partei, da die Debatte sowohl parteiintern als auch vom politischen Gegner dazu genutzt wurde, Einfluss im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen 2007 zu gewinnen bzw. die Partei zu schwächen. Bei einem parteiinternen Referendum Ende 2004 sprach sich die Mehrheit der Parteimitglieder zunächst für eine Ratifizierung der Europäischen Verfassung aus. Beim Referendum am 29. Mai 2005 über die Europäische Verfassung war die PS tief gespalten. Während Parteichef François Hollande für die Annahme plädierte, wirkten Henry Emanuelli und Laurent Fabius gegen die Annahme der Verfassung. Als beim Referendum die Befürworter unterlagen, wurden bei der darauffolgenden Parteiversammlung am 4. Juni 2005 Mitglieder, die sich entgegen der mehrheitlichen Ansicht der Partei für eine Ablehnung der Verfassung stark gemacht hatten, obwohl Vertreter der Mehrheitsmeinung innerhalb der Bevölkerung aus der Parteiführung auf nationaler Ebene ausgeschlossen. François Hollande kündigte in seiner Funktion als Parteivorsitzender für den 18. November 2005 einen vorgezogenen Parteitag an. Konkreter und über personengebundene Strömungen hinweg lässt sich der französische Sozialismus in vier Hauptfraktionen unterteilen. Diejenigen, die die Hauptaufgabe der Sozialisten in einer fortschrittlicheren Verwaltung des liberalen Systems sehen, nach dem Beispiel Tony Blairs, für den eine Anpassung an das System notwendig erscheint, um es in der Folge gerechter zu gestalten. Diejenigen, denen gesellschaftliche Veränderungen nach Beispiel Zapateros mehr bedeuten als soziale Veränderungen. Diejenigen, die alles auf den Kampf für einen sozialen Ausgleich und strukturelle Veränderungen der Marktwirtschaft nach dem Beispiel Joschbins setzen. Diejenigen, die als Marxisten des linken Flügels daran festhalten. Der Kapitalismus sei als Gesellschaftsform überholt, geteilter Meinung über die Ergebnisse des Referendums, aber dadurch insgesamt in ihrer Linie bestärkt. Als Kandidatin der Parti-Socialiste für die Präsidentschaftswahl 2007 setzte sich in einer Urwahl-Segulen-Royal gegen Laurent Fabius und Dominique Strauss-Kahn durch. Royal profilierte sich im Wahlkampf teilweise gegen ihre Partei und führte einen stark auf ihre Person zugeschnittenen Wahlkampf. Sie konnte damit ein gutes Wahlergebnis erreichen. Mit 25,87% erreichte sie im ersten Wahlgang das beste Ergebnis eines Präsidentschaftskandidaten der PS seit François Mitterrand. Im zweiten Wahlgang unterlag sie Nicolas Sarkozy mit 47 zu 53%. Im Anschluss an die Präsidentschaftswahl und die ebenfalls verlorene, unmittelbar folgende Parlamentswahl verschärften sich die Richtungsstreitigkeiten innerhalb der Parti-Socialiste, auch bedingt durch die anfangs große Popularität Sarkozy's und seinen Ansatz, führende Politiker der französischen Linken in seine Regierung einzubinden. Die Auseinandersetzungen eskalierten auf dem Parteikongress in Reims 2008. Bei der Abstimmung über das Arbeitsprogramm erhielt die Strömung um. Seguelen-Royal mit 29% die meisten Stimmen, war aber deutlich von einer eigenen Mehrheit entfernt. Auch den Strömungen um Bertrand Delaneux, Martine Aubry und Benoit Hemmen gelang es nicht, sich auf eine gemeinsame Arbeitsgrundlage zu einigen. Bei der Urwahl des ersten Sekretärs der PS, die unmittelbar auf den Kongress von Reims folgte, bewarben sich Martine Aubry, Benoit Hemmen und Seguelen-Royal. Der amtierende erste Sekretär François Hollande hatte bereits im Vorfeld des Kongresses erklärt, nicht wieder für das Amt zu kandidieren. Der Nachumfragen favorisierte Pariser Bürgermeister Bertrand Delaneux verzichtete auf eine Kandidatur und rief zur Wahl von Martine Aubry auf. Den ersten Wahlgang am 20. November 2008 gewann Seguelen-Royal mit 42,9% der Stimmen vor Martine Aubry und Benoit Hemmen. Für die Stichwahl am folgenden Tag rief Hemmen zur Wahl von Aubry auf. Das erste Ergebnis für diese Stichwahl sah Martine Aubry als Siegerin mit 42 Stimmen Vorsprung vor Royal. Das Lager um Royal warf für der Parteiführung und dem Lager Aubrys vor, die Wahlen manipuliert zu haben. Die Parteiführung ließ daraufhin eine Nachzählung vornehmen, die den Sieg Aubrys bestätigte. Mit etwas größerem Abstand von 102 Stimmen dieses Ergebnis bestätigte anschließend auch der Parteitag. Die Ankündigung des Lagers um Royal, das Ergebnis vor öffentlichen Gerichten anzufechten, wurde im Laufe der folgenden Monate fallen gelassen. Spekuliert wurde in den Medien, dass es zu einer Spaltung der PS in zwei oder sogar vier Gruppen kommen könnte. Was allerdings Vertreter aller Strömungen ausschlossen. Die Auseinandersetzungen um den Parteikongress von Reims gelten als eine der Ursachen für die schwere Niederlage der Parti-Socialiste bei den Europawahlen 2009. Die PS kam nur noch auf 16. 5% der Stimmen und konnte die führende Position im linken Lager nur knapp vor den Grünen behaupten. Martine Aubry und der Führung der PS in die Aubry alle bedeutenden Strömungen außer der um Royal Einband gelang es aber, die Parti-Socialiste wieder zu stabilisieren. Begünstigt wurde sie dabei auch dadurch, dass die Regierung von Nicolas Sarkozy an Beliebtheit verlor und einige ihrer Maßnahmen, insbesondere Reformen im Sozialbereich, auf massive Proteste in der Bevölkerung stießen. Bei den Regionalwahlen 2010 konnte die PS sein Ergebnis von 2004 noch leicht steigern. Im ersten Wahlgang erhielt er 29% der Stimmen. Im Gesamtergebnis gewann die politische Linke unter Führung der PS alle Regionen des europäischen Frankreichs mit Ausnahme des Elsass und gewann dabei Korsika hinzu. Auch bei den Kantonalwahlen 2011 konnte die PS gemeinsam mit den anderen Parteien der Linken nochmals hinzugewinnen. Im Ergebnis führte dies dazu, dass die Linke bei der Senatswahl 2011 erstmals die Mehrheit im französischen Senat gewann, wobei die PS 28 Senatoren hinzugewinnen konnte. Für die Nominierung des Präsidentschaftskandidaten 2012 entschied sich der Parti-Socialiste für Vorwahlen, an denen auch Nichtmitglieder teilnehmen konnten. Es bewarben sich Martine Aubry, Jean-Michel Beilet vom PRG, François Hollande, Arnaud Montebourg, Seguelen Royal und Manuel Walz. Die Vorwahlen gewann François Hollande in der Stichwahl gegen Martine Aubry. François Hollande gewann die Präsidentschaftswahl in der Stichwahl am 6. Mai 2012 mit 51,62 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaber Nicolas Sarkozy. Damit ist die PS nach zehn Jahren Opposition wieder in der Regierung vertreten und stellt den Präsidenten. Bei den Parlamentswahlen im Juni 2012 erreichte die PS 29,4 Prozent der Stimmen, verfehlte damit knapp die absolute Mehrheit der Mandate und erreichte mit anderen linken Parteien eine deutliche Mehrheit im Parlament. Erstmals in der Fünften Republik stellt damit die Linke den Staatspräsidenten und die Mehrheit in beiden Parlamentskammern. Auf die Wahl von Hollande zum neuen Staatspräsidenten folgte ein Wechsel an der Parteispitze. Martine Aubry gab ihren Posten auf. Zu ihrem Nachfolger wurde im Oktober 2012 Haarlem-Dessir gewählt. Die Regierung unter Hollande und Premierminister Jean-Marc Ayrault verlor rasch an Popularität. Dies führte zu einer deutlichen Wahlniederlage des PS bei den Kommunalwahlen 2014. Nach dieser Niederlage trat die Regierung Ayrault zurück. Neuer Premierminister wurde Manuel Walz. Auch an der Parteispitze kam es zu einem Wechsel, dort löste Jean-Christophe Kambadeles Haarlem-Dessir ab. Auch bei der Europawahl 2014 verlor der PS deutlich und erreichte nur 14% der Stimmen und Platz 3 hinter dem Front National und der UMP. Bei den Senatswahlen 2014 verlor der PS 17 Sitze und die Linke insgesamt die Mehrheit im Senat. Bei den Departement-Wahlen 2015 verlor die Linke insgesamt 28 Präsidenten der Departement-Räte bei einem Zugewinn der PS stellt nur noch 26. Die Regierungsjahre sind geprägt von einer Auseinandersetzung um die Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpolitik der Regierung. Nachdem Präsident Hollande zum Jahresanfang 2014 einen Kurswechsel hin zu einer liberalen und auf Haushaltskonsolidierung orientierten Politik ankündigte, den die Regierung insbesondere nach dem Wechsel zu Manuel Walz vollzog, bildete sich eine innerparteiliche Opposition, deren Kern circa 40 Parlamentsabgeordnete, die sogenannten Frondeurs, sind. Im April 2014 enthielten sich einund 40 Abgeordnete des PS bei der Abstimmung über das von Manuel Walz eingebrachte Stabilitätsprogramm. Drei stimmten dagegen. Ende August 2014 trat die Regierung Walz zurück. Nachdem Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg und Bildungsminister Bennet hemmenscharfe Kritik an der Regierungspolitik und an Hollande geübt, hatten, bei der Abstimmung über die Regierungserklärung der neu gebildeten Regierung Walz II, dem auf ausdrücklichen Wunsch Hollandes keine Kritiker der Wirtschaftspolitik mehr angehörten, enthielten sich einund 30 sozialistische Abgeordnete, wodurch die Regierung die absolute Mehrheit verfehlte. Nachdem die Frondeurs ihre Ablehnung ankündigten, konnte die Regierung im Juni 2015 eine Abstimmungsniederlage über ein umfassendes wirtschaftspolitisches Reformprogramm nur vermeiden, indem sie auf eine Ausnahmeregelung der Verfassung zurückgriff, die ein Inkraftsetzen eines Gesetzes ohne Zustimmung der Nationalversammlung erlaubt, wenn dort kein Misstrauensantrag erfolgreich ist. Für den Kongress des PS in Poitiers erzielte der vom amtierenden ersten Sekretär Jean-Christophe Kambardelis vorgelegte Programmtext. Der weitgehend die Regierungspolitik unterstützte und von den meisten Parteigrößen außerhalb der Frondeurs unterzeichnet wurde mit 60 Prozent eine klare Mehrheit, der von den Frondeurs vorgelegte Text erreichte 29 Prozent. Bei der anschließenden Urwahl des ersten Sekretärs erreichte Kambardelis gut 70 Prozent der Stimmen gegenüber dem von den Frondeurs aufgestellten Christian Paul, heutige Lage der Partei in der französischen Politik. Mit etwa 120.000 Mitgliedern ist die PS die drittgrößte Partei Frankreichs. Seit 1958, dem Beginn der Fünften Republik, wurden zwei Sozialisten zum Präsidenten gewählt. Nämlich François Mitterrand 1981 und François Hollande 2012. Bisher bekleideten acht Mitglieder der Partei das Amt des Premierministeriums. Fünf unter Mitterrands Präsidentschaft. Lionel Ausbin 1997 bis 2002 unter Jacques Chiracs Präsidentschaft und Jean-Marc Ayrault 2012 bis 2014 sowie Manuel Wald seit 2014 unter Präsident François Hollande. In der Nationalversammlung verfügt die PS seit 2012 über die absolute Mehrheit der Mandate. Im Senat stellte die PS ab 1. Oktober 2011 kurzzeitig erstmals in der Geschichte des Parlaments die stärkste Fraktion und verfügt gemeinsam mit anderen linken Parteien erstmals über die Mehrheit. Sie verlor diese Mehrheit 2014 wieder. 22 der 26 Regionen und 26 der 100 Departements haben einen sozialistischen Vorsitzenden. 2011 hielt die PS erstmals nach US-amerikanischem Vorbild offene Vorwahlen, die sogenannten Premiers Citoyens ab, um ihren Kandidaten für die Präsidentenwahl 2012 zu bestimmen, die François Hollande für sich entscheiden konnte. Erste Sekretäre. 1969 bis 1971 Alain Saverie. 1981 bis 1988. Lionel Ausbin. Trotz einer Niederlage 1986 bei den Parlamentswahlen blieb er bis zum Erfolg der Partei bei den Präsidentschaftswahlen. 1988 im Amt. 1988 bis 1992 Pierre Maureu. 1992 bis 1993 Laurent Fabius Rücktritt nach einer Niederlage bei den Parlamentswahlen. 1993 bis 1994 Michael Rocat Rücktritt nach einer Niederlage bei den Europawahlen. 1994 bis 1995 Henry Emanuelli. 1995 bis 1997 Lionel Ausbin. Bis zu seiner Wahl zum Premierminister nach dem Wahlsieg der Linken bei vorgezogenen Parlamentswahlen aufgrund der Auflösung der Nationalversammlung durch den Präsidenten Jacques Chirac. 1997 bis 2008 François Hollande. Wahl beim Parteitag von Brest. Wiederwahl in Grenoble. Dion und Lehmanns. 2008 bis 2012 Martine Aubry. Aubry ließ ihr Amt wegen ihrer Teilnahme an den Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur 2012 zwischen dem 30. Juni und dem 16. Oktober 2011 Ruin. Die Amtsgeschäfte wurden in dieser Zeit von Harlem Dessir als Premier Secret et Delegue wahrgenommen. 2012 bis 2014 Harlem Dessir. Seit 2014 Jean-Christophe Kambadeles. Innerparteiliche Strömungen. Courant nouveau Parti-Socialiste unter der Leitung von Vincent Pein und Arnaud Montebourg. Courant démocratie-Socialisme unter der Leitung von Girafi Loche. Courant un monde d'Avasse unter der Leitung von Benoit Hemmen. Courant nouveau monde unter der Leitung von Henry Emanuelli und früher Jean-El Luce Melenchon. Forces militantes unter der Leitung von Marc Dolez. Courant reformer unter der Leitung von Martine Aubry. Courant utopia. Courant gauche-Socialiste unter der Leitung von Julian Drey. Courant les beurah gauche unter der Leitung von Segole Royale. Einige heutige Persönlichkeiten der Partei. Martine Aubry, Bürgermeisterin der Stadt Lille, ehemalige erste Sekretärin. Jean-Marc Ayrault, ehemaliger Premierminister. Claude Bartholone, Präsident der Nationalversammlung. Laurent Beauvais, Präsident der Region Basse-Normandie. Jean-Pierre Bell, ehemaliger Präsident des Senats. Jean-Louis Bianco, Abgeordneter. Malek Boutet, nationaler Sekretär der Partei für gesellschaftliche Fragen. Jean-Christophe Cambadeles, erster Sekretär. Jara Coulomb, Bürgermeister der Stadt Lyon. Bertrand Delaneux, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Paris. Halem Desir, ehemaliger erster Sekretär, Staatssekretär. Julian Drey, Abgeordneter. Philippe Byrhen, Bürgermeister der Stadt Zehn. Henry Emanuelli, Abgeordneter, ehemaliger erster Sekretär. Laurent Fabius, französischer Außenminister, ehemaliger Premierminister, ehemaliger erster Sekretär. Benoit Thämmen, ehemaliger Minister, ehemaliger Europaabgeordneter. François Hollande, französischer Staatspräsident, ehemaliger erster Sekretär. Jean-Paul Huchon, Präsident der Region Ille de France. Jacques Lang, ehemaliger Minister. Arnaud Montebourg, Minister. Pierre Moscovici, ehemaliger französischer Wirtschafts- und Finanzminister. François Ritt Amen, Bürgermeister der Stadt Lyon, ehemaliger Minister, ehemaliger Fraktionsvorsitzender im Senat. Dominique Strauss-Kahn, ehemaliger französischer Wirtschafts- und Finanzminister, ehemaliger Direktor des IWF. Manuel Weiz, französischer Premierminister.